Einen wunderschönen guten Morgen. Wir probieren heute mal was. Und zwar geht es um den Konsum von Medien. Um Filme, um Bücher, TV-Shows und Musik. In der kurzen Zeit, in der wir dann uns unterhalten wollen, muss sie natürlich maximal effizient genutzt werden. Das ist nicht so wie in den 80ern, wo man sich irgendwie hingesetzt hat und dann geschaut hat, was im Fernsehen lief. Ich schweife ab. Man muss sich die Zeit gut einteilen, weil wir wenig haben und das Medienangebot ist extrem groß. Deswegen beginnen wir heute einfach mal mit Musik. Ich speichere mir Alben, über die ich gestolpert werde, in Musicbox. Das ist eine kleine Katalog-Up. Das streamt nicht selbst, sondern es ist einfach nur ein Verzeichnis, in das ich Alben, die ich noch gerne anhören möchte oder die ich einfach mal ausprobieren möchte, mir vormerke. Sehr simpel. Das gleiche funktioniert mit Booktracker. Booktracker ist auch eine kleine Verzeichnis-Up, die sich merkt, was ich noch gerne lesen möchte oder was ich schon gelesen habe. Ich beispielsweise hier im Netz bin und sage hier, okay, das scheint ein interessantes Buch, dann kann ich mir in Booktracker das vormerken, indem ich einfach das über die Suche hier suche und dann entweder als gelesen markiere oder meiner Bibliothek hinzufüge oder auf die Wishlist setze. Das ist Bücher. Musik, Bücher, was fehlt? Es fehlen vielleicht Filme und TV-Shows. Dafür ist Tracked einfach unersetzlich. Tracked merkt sich über alle Streaming-Dienste hinweg, was ich so schaue und was für eine Folge ich zuletzt geschaut habe, wo ich bin in dieser Episode, weil nicht alle Streaming-Dienste machen das gut und manchmal fliegt ja auch was aus dem Katalog raus und kommt hinzu und dann, man kann sich auf Streaming-Dienste nicht verlassen, dass sie sich merken, wo ihr zuletzt aufgehört habt zu schauen. Deswegen benutze ich dafür Tracked und wenn man sich dort eine neue Serie vormerken will, beispielsweise Silo sieht interessant aus, dann setze ich sie auf eine Liste. Ganz simpel. Und dann kann ich darüber nachsehen, wann diese Serie rauskommt und mir merken, dass ich sie noch schauen wollte. Tracked.tv ist ein Web-Dienst und die haben auch eine coole App, die sich ganz nett auf dem Homescreen macht, insbesondere in dieser Widget-Form. Und zuletzt seien noch YouTube-Videos erwähnt. YouTube-Videos fallen in Watch, in Watch Later hätte ich fast gesagt, in Play. Watch Later später anschauen. Play ist eine kleine App, die ganz simple Verzeichnis-App, so wie die Music-Box und der Book-Tracker zuvor. Watch Later merkt sich einfach die Videos, die ich noch anschauen möchte und hat ein neues Feature bekommen, in dem ich einfach auf Play drücke und dann werden alle Videos, die ich dort abgespeichert habe, in einer riesigen Playliste abgespielt. Das muss man nicht so nutzen, kann man aber. Und kann sich ansonsten durch seine Videos suchen, stöbern und sie eventuell verschlagworten, wenn man das denn möchte. Ich habe einen übersichtlichen Katalog mit so einer zweistelligen Anzahl von Videos noch, die ich anschauen möchte und die kann ich hier je nach Gefühlslage aussuchen und mir dann hier auf dem iPhone anschauen oder halt auch auf dem Mac, iPad, Apple TV. Es gibt diese Apps eigentlich so alle für alle Plattformen. Das heißt, ich muss auch nichts irgendwie wild synchronisieren oder mir von dem einen Gerät auf das andere schicken, sondern ich mache einfach die App auf dem jeweiligen Gerät auf und habe dort TV-Shows, Filme, Bücher und Musik. Ich hoffe, das war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen.